ARD Text im Auftrag des ZDF Scheiße. Wie ich hörte, soll ich Ihnen die Beichte abnehmen? Eigentlich keine Beichte. Ich hab die Sinne noch nicht begangen. Ist es mir möglich, eine Frau im biblischen Sinne kennenzulernen? Reden wir hier über Geschlechtsverkehr? Mein Penis spricht zu mir. Meine Therapeutin regte an, ich könnte mit einer Sexualspezialistin arbeiten. Wir unterhalten uns eine Weile und wenn Sie bereit sind, werden wir mit Körperbewusstseinsübungen anfangen. Heilige Mutter Gottes, was sind Körperbewusstseinsübungen? Die Anzahl unserer Therapiesitzungen ist begrenzt. Das Limit ist sechs. Wollen wir uns ausziehen? Hören Sie von jetzt an auf die Signale Ihres Körpers. Auf diese Art und Weise werden Sie sich kontrollieren können, wenn Sie... Oh Gott. Eigentlich treffe ich mich nicht mit Klienten außerhalb der Termine. Wir müssen nicht viel reden. Die Leute sollen doch sagen, hey, wer ist der Krüppel mit der schönen Blondine? Meine Privatsphäre ist mir wichtig. Ich habe ein Privatleben. In der Therapie geht's um Sie. Vielleicht ist das eine blöde Idee. Ich denke, Sie haben Großes geleistet. Ich habe mir sagen lassen, sogar bei Nichtgläubigen ist der gebräuchlichste Ausdruck sexueller Ekstase... Oh Gott! Ent�로 bei Ich habe eine Bratsch, eine Bratsch, eine Bratsch. Es geht um ihr Träume sehr, es geht um die ministri Anrufen zu treffen. Zwischen